Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Season 2! Mit dabei, der Simon. Hi! Und der Pascal natürlich. Ich hab mich doppelt. Hi! Ja, du kannst dich ruhig doppelt hören, ich nicht. Ja, Season 2, ne? Jeder baut für sich alleine. Genau, keine Teams mehr. Ne, nicht so wie das letzte Mal. Verständnis. Das wollen wir jetzt mal direkt klarstellen, sodass es weint. Mein Schwein! Wie ist es? Nein! Alter, sterb! Schwein, komm her! Nein, Alter! Ach, ich hab doch bestürzt! Nein! Ich hab doch bestürzt du! Nein! Hier ist noch eins! Hier ist noch eins! Ja, dann lass es wieder! Hier sind drei! Vier! Hi! Heu doch! Okay! Leu! Geil Schweine! Scheißes Nacht, Mann! Können wir nicht bei Tag starten? Nein! Ich hab auch keine Rechte mehr! Habt ihr eben ausgestellt! Hihi! Ja, das ist auch gut so! Aber jetzt haben wir keine Waffen und nix und blub und... Geil! Keine Waffen! Scheißer Waffen! Ah, bitte nicht! Aber Kevin, da bin nicht so viel Stripmine, ne? Nein, nein! Diesmal Stripmine ich nicht so viel! Dieser... Baue ich und... Gedeie ich! Ohja, richtig! Ich bitte! Scheiß! Ach mal geil! Wo seid ihr denn schon? Dahinter von links! Ja! Ich hab nur kein einziges Montag gesehen! Ist hier schon ein Fettriss in der Landschaft? Ich glaub schon, ne? Ah ja! Ich glaub ihr könnt mal ne Runde farmen, also... Glaubt ihr was für eine Kühe ist? Ich gehe gar nicht! Kühe! Zerstreiten wir uns jetzt schon! Oh geil! Ich seh nur noch Pascal! Ach ne, da hinten hängen die beiden! Hm, mach doch allein! Kevin, wie, äh... Mach ich das auf dem Minimap noch, ne? Was machst du auf dem Minimap? Dass ich mir so'n, äh, punkten kann! C! Was? Auf C! Auf C? Ja! Okay, alles klar! Auf X hast du so'ne kleine Karte... Leuchabstandbild! Und das! Auf X? Ja, hast du so'ne kleine Map! Uh, komm! Ich werd' ich denn an! Ja, ne! Es ist kein Monster hier! Und Kevin... Kevin, willst du schon verraten, was du bauen willst? Hast du vielleicht auf Peaceful gestellt? Na, eigentlich hab ich wieder auf Normal gestellt! Wenn ich guck gleich nochmal nach... Ja, was werd' ich bauen? Ich werd' ein Asia-House bauen! Mit kleinen Garten und so! Du wolltest... Oh, schön, dass du das uns schon verrätst! Ja... Wie's gebaut wird, werdet ihr sehen! Was werdet ihr denn bauen? Ihr wisst es nicht, oder? Ich... ich... ich seh's kommt! Asia-House of Custom Style! Nein, ich hab' ne Vorder-Alpha! Auf nem anderen PC! Sieht sehr schick aus, mein' ich! Also meiner Meinung nach! Ich lass' mich überraschen! Okay! Ich baue' wieder Freeza aus dem Kopf! Dann wieder Freeza aus dem Kopf! Me too! Ja, Season 1, der Bock war ja geil, ne? Und die Farm von Pascal war auch geil! Mein Kasten war scheiße! Wenn wir das Bock nennen können... Kasten-Style! Ja, Bock-Style! Ich fand die Farm von... Ich fand die Farm von Carina auch cool! Und dein Haus für Pascal auch cool! Leute, ich hab' noch keine Ahnung, wo ich mich niederlassen soll! Ich bin hier nicht! Wo? Tja... Achso, Dörfer teilen wir natürlich, ne? Würde ich sagen! Also die Kartoffeln alle! Kartoffeln alles rum und dann teilen! Ja, Dörfer werden geteilt! Das Dorf liegt bei 250... Minus... Habt ihr schon eins?! Ja! Ich hab' ihn eins gefunden! Läub! Ah, ich seh' was! Kalt! Das geht! Na süßer! Schau' auf, das Dorf! Wollt' ich nicht mehr mal nicht seh' sogar! Machst du da... Was machst du da mit der Palo? Weil sie steht da drauf! Ja, ich steh' auch Schlese! Dank für's Leder! Äh, äh... Na... Komm doch bitte da! Wie viel Leder war das? 1 oder 2? Bye! Komm, ich geb' dir eins! Haha! Ich schnurre! Ich bin so glücklich! Ich geb' dir... Ich geb' dir eins von... einem Leder! Hallo, Mann! Kann hier mal irgendwie ein Star erscheinen? Ich glaub' du ist echt auf Peaceful! Bitte schau' mal nach, Kevin! Ich wollte aber... Ja... Muss ich jetzt machen! Okay, machen wir kurz Aufnahmepause! Bis gleich! Willkommen zurück zu Season 2! Ähm... Die Collis sind... Plus... Was? Was? Zu Season 2, hab' ich gesagt! Du hast... Ich hab' nur 2 Faschen! Nein, Season 3! Bis die Collises haben, warte, schreibst du dir! Okay! Ja, ich will zum Dorf hin! In den Offener! Du hast natürlich die Truhe gemacht, oder? Hab' ich nicht! Cool, ne Workbench! Alter, hier sind überall Monster! Ja, aber... Unter mir sind Monster, ganz viele! Ja, ja... Leute, ich hab'n Spawner, glaub' ich! Der ist direkt unter mir! Leut! Ich hab' Schiss! Ich hab' nix! Ich hab' Schiss! 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 Oder ist einfach nur ne Höhle! Aber ich hör' so viele Monster Zombies! Und dann hat' ne Rock-Rück-Hopplung! Rock-Hopplung, genau! Die da ist schon ein Koffer! Was? Und dann? Du hast'n Koffer! Was? Du bist? Ich hab bestimmt schon die Zwar aufgemacht Leute ich will mal kurz gucken was hier so in der Höhle abgeht weil ich höre verdächtig viele Zombies Wenn der direkt Spawner ist dann hammer nice Da waren 6 Obsidian drinne 2 Brot und 3 Äpfel Flaber Ja wir zahlen das Obsidian durch 3 auf 6 durch 3 sind 3 5 WTF da unten ist ein Creeper Ein Workbench Lass sie da stehen Hallo Creeper Ja nimm sie ruhig mit Ich mach mir ne neue Kann den Creeper nicht killen Wieso kannst du den Creeper nicht killen Oh Leute ich glaube Wie setz ich denn jetzt hier ein Signal Ich mach einfach so ein Mit C Sind die auch irgendwo ganz vorfällen Kevin? Stimmt genau Ja sind Kann ich den benennen? Oh Mann hey Das klingt zwar nicht aber das kannst du eintappen Ok dann Weiß ich bescheid Mach ich mich jetzt aufm Weg zu dem geilen Dorf Es wird die Bücherregalen Sollen die auch aufzahlen durch 3 alle Stimmt die gibt's auch noch Wie waren die Cordys jetzt mal? Würd ich sagen oder? Was ist plus 280? Ist X? Guck auf dein Minimap Plus 280 X Auf dein Ja auf dein Minimap Ja mach ich ja Ich hier ja die ersten und die zweiten Cordys und sowas Ich hab vorhin links nach rechts geschrieben Achso Hammer geil Muss ich mal gar nicht mehr F3 drücken Hab ich gar nicht drauf geachtet Tja Das ist 500 Ist ja gut oder? Tricky Kevin Tricky Tricky Nudeln Kann ich nicht mal rennen Ich hab so viel Hunger Kevin Komm mal her rufen Was ist da? Komm auch Ich will was geben Am man nice Du willst mir was geben 6 auf Obsidian? Ja Kältefüße und so Hier Hib auf Wofür? Hast schon Hälfte Hälfte gemacht? Ja Ja Das Streit gezahlt Nicht Hälfte Wo ich noch Simon finden Da wir ja nicht im Dorf bleiben Nämlich so einander Ich bin im Dorf Also ich geh aus dem Dorf raus Ja Ich bin das Holz mit Du bist eine Kiste im Haus Die habt ihr schon geleert Die Kiste Na bleib mal drin Ich muss es was geben Hier macht es auf 13 Komm herr Simon Komm mir entgegen Siesa Ja Ich hit mal auf Fallen Bist du denn? Ja Nein Hinterbrunnen Hinterbrunnen Hier Ach da Ich dachte mich nicht What the fuck ey Bücher Weizen 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 bräuch ich jetzt nicht unbedingt Aber Kartoffeln sind gerade hier Ne Ne Karotten Wo sind die Kartoffeln Dahinten? Bei mir Müssen die sein Habt ihr schon alle Kartoffel holt? Ich hab ein paar Ich hab nicht alle 19 Ja Ich habe 6 LOL Leute Alter Kevin guck mal Hey Geh nicht WUH Pass auf LOL Das Dorf am Abgrund ist das LOL ist da unten Dorfbewohner Ja Ja Das ist krass Was hat die denn eigentlich so die Gibt's irgendwo einen Ofen? Habt ihr einen? Ich hab zwei Abbrüder Ich hab zwei abgebaut Ich hab zwei Abbrüder Kann aber abgeben Ja Bei mir steht einer Aufm Weg So dann guck ich mal auf mir Wo kann ich bauen? Leute wo denn? Aufm Weg Du Hä ich glaub Ich glaub der Dorfbewohner hat ihn aufgehoben Hä Nein hier Wo denn? Hier Wo bist du denn? Hier vorne Da Ich hab voll die Fahrer Ich bin total Keine Ahnung Wollen wir mal zu meinem Potentiellen Mob Spawner Ja aber ich will mir das vielleicht mal Dann geht mal dahin Ja folgt mir Such ein Netzplätzchen Hier hin Achso Ich fiel mir erst Ja gut Fleischbraten Ähm Lava Becken habe ich beinahe eingefallen Ich hab nen Sumpf Fleischbraten würd ich auch gern Ja musst du mir Mach ich auch glaub ich gleich Ja du machst halt selber Wie du willst Dann hab ich jetzt den Hexenhaus So jetzt hab ich erst mal ein paar Werke gemacht Ja aber geil Was machst du denn gerade Kevin? Ich? Brate Fleisch Und hab mir grad Holz gemacht Und so ja Ja Ja